Okay, Leute, es geht weiter. Mann, ich geb nicht auf. Ich will ja endlich weiterkommen. Okay, das war jetzt leicht. Krieg ich jetzt... Oh, ein Pilz. Ja, ein Pilz. Aber bestimmt kommt jetzt irgendwas Beschissenes. Äh, okay. Wie ich es geahnt habe, kommt irgendwas Beschissenes. Ich wusste das schon. Ey, muss ich jetzt wieder... Nein, danke. Okay, es geht weiter. Mann. Mann. Oh, Mann. Mann, dieses Teil, dieses Spiel... Ich musste aber schon gewusst haben, dass es eigentlich schwer sein sollte, weil... Es war irgendwie klar, weil die anderen Bosse waren irgendwie zu leicht und man musste irgendwie nur drei Schläge denen geben. Aber egal. Endlich geschafft. Endlich geschafft. Mh, mh. Mh, mh. Es geht weiter. Oh, Mann. Dieses Spiel mache ich so viele Safe-States. Aber egal. Mein Let's Play. Ich kann das machen, wann ich das will und wie ich das will. So ist es halt. Egal. Ihr könnt auch noch nicht sehen, wie ich richtig feile. Ich schneide nix raus. Ich zeige euch einfach, wie ich hier reinkacke. Aber richtig. Und mit Safe-States musste man ja eigentlich arbeiten, weil... Man will ja nicht, dass man hier... Nochmal. Okay. Es geht weiter. Puh. Mann. Dieses Spiel... Dieses Spiel regt mich nur auf. Aber richtig. Wir sind bei Mario. Goomba. Warum sind eigentlich noch über Goomba-Gemälde? Warum? Hat denn Mario vorliegend für Goombas? Hm. Es geht weiter. Ich muss einfach versuchen, das irgendwie durchzuhalten. Irgendwie durchhalten. Ich muss aber beim letzten aufpassen, dass ich irgendwie... Dass ich nix Falsches mache. Das ist das Einzige, was ich aufpassen muss. Oder ich bleibe einfach klein. Das ist die beste Möglichkeit. Aber nein. Ich versuche einfach mal groß durchzukommen. Als Großer. Oder wartet. Es geht weiter. Ich habe einfach mein Safe-State gemacht, um zu sichern. Ah, geschafft. Geschafft, ja. Speichern. Es geht weiter. Ach, was mache ich da? Was? Eins. Zwei. Drei. Mann. Ach, fick dich. Mann. Wartet. Okay, es geht weiter. Ach, fick dich. Ach, du Scheiße. Oh, geschafft. Oh, Mann. Mann, ich hasse dieses Spiel. Okay, es geht weiter. Ach, fick dich. Oh, Mann. Warte. Okay, wieder. Ich habe keinen Bock, das alles nochmal zu machen. Okay, geschafft. Okay. Okay. Ich bin jetzt momentan sehr ruhig. Ich muss mich konzentrieren, deswegen. Äh, es kommt nichts, okay. Okay. Speichern. Okay, es geht weiter. Okay, das war schon jetzt ein Fehler, oder? Äh, okay. Das war jetzt irgendwie leicht. Ey, das ist jetzt ein Witz, oder? Ich renne einfach mal durch. Was ist das denn? Hä, was ist das denn? Hä? Okay. Ich glaube, ich töte erstmal den Ersten. Der ist weg. Okay. Der ist auch weg. Kommen jetzt drei Stück, oder was? Ähm, wartet. Okay, es geht weiter. Okay, ich glaube, die sind etwas schneller. Ich glaube, ich jetzt mal. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Äh, okay. Oh, ein Boss. Oh, Wario. Der ist so fett. Ähm, speichern. Mann, das muss jetzt wichtig. Das ist jetzt sehr wichtig. Okay, es geht weiter. Mit dem epischen Kampf. Was? Ach, Mann. Okay, es geht weiter. Ach so. Okay, wenn das alles ist. Wenn das wirklich alles ist. Okay. Ich glaube, ich habe ihn jetzt besiegt. Ich stehe das Erste. Ah, ach so, ja. Ach, dieses Level. Jetzt kriegt auch diese komischen Fliegel auf den Kopf. Wie, ihr habt mich getroffen. Ey, das war jetzt ein Witz, oder? Ich habe ihn jetzt mit dieser Statue hier besiegt. Okay. Ähm, ja. Na klar, jetzt kriegt er eine Feuerblume. Das Gegenteil. Jetzt ist er ein Indianer. Okay. Weg. Und weg. Okay. Oh, du Scheiße. Okay, ich glaube, das ist jetzt mein Schloss. Yeah. Change. Oh. Oh. Wartet. Wartet. Okay, erstmal das sehen. Okay. Wartet. Oder. Ach, man. Ich lasse einfach jetzt mal durchlaufen. Thank you, Mario. Your quest is over. Ja, das haben wir jetzt geschafft. Oder wartet. Okay. Äh, wir haben noch zwei Minuten. Ja, jetzt kommen die ganzen Teile und die ganzen Macher. Die, die, die. Und das war das zweite Projekt von mir. Super Mario Lern 2. Das haben wir jetzt auch geschafft. Super. Ich glaube, ich fange ja mit Super Mario Lern 3 an. Und nach den drei Projekten geht es mit Pokémon Feuerrot weiter. Oh nein, Ameisen. Grafik Designer Hiroshi Kiyotake. Takehiko Hosokawa. Kawa. Hosokawa. Makoto Kano. Kanto. Hm. Ich hatte, ich glaube, das habe ich jetzt in, ach, ich muss jetzt mal berechnen. Sieben Parts vielleicht fertig. Sieben Parts habe ich das fertig bekommen. Ja, ist schon eine gute Leistung. Das andere habe ich sechs Parts. Ja. Das geht schon. Das geht. Sieben Parts. Ich wollte irgendwie weniger schaffen, aber kann man auch nicht alles schaffen. Sieben Parts sind ja gut. Eine Moku. Yeah. Moku. Äh, wartet. Okay, es geht weiter. Ach. Mann. Das sind schon längst zehn Minuten und acht, aber ich mache mal jetzt ein bisschen weiter. Ah, Spiderschwein. Special thanks to... Tony, Hammond, Don James. Hiro, Yamada, Paul, Lange. Yuka, Nakata, Davy Brooks, Steve Miles, Married Kokuma, Kokuna und Vario. Ich glaube, das sind elf Minuten. Presented, presented by...